In der Schweiz weiss ich, dass der Zuckerkonsum liegt über 100 Gramm pro Person am Tag. Stell dir mal vor, der Körper kann vielleicht 20 bis 30 Gramm verarbeiten. Alles was darüber ist, ist zu viel. Wenn ich jeden Tag 70 Gramm zu viel Zucker zu mir nehme, diese Bauchspeicheldrüse rotiert auf Volldampf, bis sie irgendwann erschöpft und zu wenig Insulin produziert. ... ... ...